Okay, die Übung hier ist eine Übung für, wie wird die Gleichgewichtsstange genannt? Und ist für die Gleichgewichtsübung ganz, ganz wichtig für Senioren, aber auch für junge Leute überhaupt keine Frage, weil es wirklich die Motorik und das Körpergefühl für den ganzen Körper schult. Und Gleichgewicht ist wichtig, damit man nicht stürzt, ist ja klar. Man hält sich als erstes hier fest, versucht den Mittelpunkt auf dieser kippliegenden Platte zu finden und dann versucht man sich immer länger, immer länger loszulassen und irgendwie dabei das Gleichgewicht zu halten. Es ist völlig klar, dass man dabei entweder mal nach vorne oder zur Seite kippt, dass man das nicht die ganze Zeit locker hinbekommt. Aber das muss auch gar nicht sein, weil dieses Kippeln, das trainiert die ganzen vielen großen und kleinen Muskeln. Wenn man das lange macht, wird man sich wundern, wo man am nächsten Tag alles Muskelkater haben könnte. Das klappt natürlich jetzt schon super. Marilu ist natürlich eine super trainierte und in der Motorik ganz klasse. Aber als Einstiegsübung ganz, ganz super geeignet. Und wenn es nicht von Anfang an klappt, einfach dranbleiben. Danke Marilu. Ja.